Ich habe ja schon echt coole und innovative Supermärkte gesehen und das auf der ganzen Welt. Aber dieses Edeka setzt dem Ganzen die Krone auf. Und zwar befindet sich dieses Edeka in der Schlossstraße in Berlin. Und ihr werdet es nicht glauben, wie riesig dieses Edeka ist. Und zwar so riesig, dass ich das Ganze in drei Videos aufteilen musste. Deswegen abonniere jetzt meinen Kanal, damit du die Videos nicht verpasst. In diesem Edeka gibt es sogar Restaurants, quasi wie im KDW. Da kannst du dir dann deine Sachen aussuchen und die kochen es live vor deiner Nase. Sobald du an der Obst- und Gemüseabteilung vorbei bist, riecht es einfach unfassbar gut nach Backwaren. Und wenn du da durch bist, erschlägt dich die Käseabteilung. Außerdem kriegst du dort auch frische Pasta und Antipasti. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight in der Käseabteilung, der Tresor. Wie krass ist das bitte? Guckt euch das an. Ich glaube, dort kannst du jeden Käse kaufen, den es auf dieser Welt gibt. Und das sowohl im Stück als auch abgepackt und auch Frischkäse-Variationen haben die dort unfassbar lecker. Und wenn euch die Käseabteilung schon umgehauben habt, dann wartet auf das zweite und dritte Video. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Die Adresse von dem Edeka schreibe ich euch in die Infobox.